Tito sagt liebe Grüße an die Mama und ich wollte hier gerade noch mal schnell so ein paar Gedanken aufnehmen, die ich gerade hatte und zwar sitze ich hier in der Pearl, mache sie gerade zurecht, dass wir hier langsam loslegen können und zeige euch gleich mal wie die inzwischen aussieht und was ich gemacht habe, damit ich sie möglichst sicher fahren kann in jedweder nur denkbaren Weise sicher ja, also wie es ausschaut, werde ich, ich weiß noch nicht was mit Jesus am Mittag passiert aber ich habe eben mit der Schoko Minza beraten, dass es ganz sinnig wäre, wenn ich die Sendung Jesus on PT11 nennen würde oder Jesus on PT11 und natürlich das Ganze dann halt auch sehr sinnig wäre, wenn alle anderen YouTuber, die auf Peacetrail sind quasi auch so Sendungen einrichten würden, damit der Wiedererkennungswert größer ist also haben wir die Claudi on PT11 und den Brigant on PT11 und solche Sachen halt, nicht? Ja, da ist mein Cello, das habe ich gestern eingebaut kommt mit auf Tour es ist nicht wunderschön und klingt schön die Tattoo-Ausrüstung ist drin die Navi ist drin Stromversorgung ist drin die Kamera ist installiert so, jetzt hatte ich heute Morgen ich komme gleich ich hatte heute Morgen ein Knöllchen hier an meinem Scheibenwischer und es ging darum, dass ich also es stand überhaupt nicht drauf, worum es überhaupt ging aber es kann nur eins sein das war halt meine Umweltplakette die eine rote war und hier auf dem Kiez fällt sowas dann sofort auf weil die dürfen nur grüne rein und der alten Pearl hat das ein paar Wochen gedauert, bis es überhaupt aufgefallen hat, obwohl die gar keine hatte jetzt habe ich auch eine grüne Plakette und zwar diese hier steht in leicht zu lesen, also schwerer zu lesen Umweltplaketten sind Abzocke drauf Google BRD GmbH und lieben Gruß ans Ordnungsamt ihr lasst euch missbrauchen und verarschen muss man denen ja auch mal sagen ja, hier, das ist wie gehabt hier ist inzwischen meine Sicherungskarte im Fenster drin die Überschreibungskarte den Überschreibungsvertrag habe ich im Handschuhfach der braucht da gar nicht im Fenster weiter zu hängen und da ich inzwischen offiziell und unabstreitbar Botschafter von Terrania bin und als Terranianer natürlich König von mir selbst habe ich mir gleich mal erlaubt meine mir anhaftende politische Immunität auf mein Auto zu übertragen und habe ein Korps wie heißt es Delinquente ein Korps Diplomatik ein Diplomatenfahrzeug kann sich jeder selbstverständlich gleichermaßen einrichten die Rechte sind da wir müssen sie nutzen hier noch das weiße Schild des Woodstock Shuttle wir erinnern uns das hatten wir mit der alten Pearl auch schon gemacht und haben also hier wird irgendwie noch dieses Woodstock Shuttle oben auf dem auf dem Aufbau stehen so wie Bus und hier schreibe ich dann einfach immer wo es als nächstes hingeht und wer halt eben meinen Wagen sieht und sieht ich fahre in die Richtung wo er hin muss melde sich sinke mir oder wenn ich irgendwo an der Ampel stehe kloppe ans Fenster und ja so geht das ja und was natürlich auch habt ihr schon gesehen hier 24 Stunden Videoüberwachung per Funk wir sind permanent online alles Wichtige wird dann im Internet veröffentlicht alles was sich an diesem Auto tut wird festgehalten und ja eigentlich nur ein kleiner Werbesticker für meine Webseite www.bauchisworld.com slash tv aber ich fand die niedlich ja so Kühlschrank funktioniert wird jetzt geladen ich werde jetzt hier noch die ganzen anderen Krempel rein tun kann noch ein bisschen tätowieren heute wo ich mich sehr drauf freue und ja mal schauen wie das jetzt funktioniert mit dem Wind im Segel ja ich sag's hier nochmal ohne Sprit fährt die Karre im Moment noch nicht ich fahr sie dahin wo demnächst gar nichts mehr kosten wird für niemanden wer also da rein investieren möchte kann mich gerne unterstützen meldet euch bei mir und lasst uns wissen was wir machen können damit das Auto für mich möglichst uneingeschränkt nutzbar bleibt damit ich uneingeschränkt jetzt den Peace Trail verfolgen kann und mich einzig darauf konzentrieren kann ähm ja soweit erstmal dankeschön putzi kommst du komm mal hier komm komm sag mal der Mama hallo sag mal hallo geh mal ein Pfötchen der Mama ja fein du